Jesus Christus ist Ihr Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Er war wie Gott, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und in Menschengleich. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der jeden Namen übertrifft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020